Was's good, Bro? Nach dem Kamano Diss hat sich Bösemann offiziell geäußert. Und zwar teilt er in seiner Story folgendes. Ab jetzt klärst du alles mit meinen Anwälten. Egal um was es geht, schreib mir nicht mehr. Kommen brauchst du gar nicht. Wenn du vor meiner Tür stehst oder irgendeiner deiner Hunde, wird sofort die Polizei angerufen. Du Ehrenmann. Und dass du versuchst über den Hassen meine Adresse, das verstehe ich nicht, über den Hassen, meine Adresse zu finden und mir sagen lässt, dass Leute aus Kosovo kommen werden, um mich umzubringen. Das weiß mein Anwalt auch. Ich habe Beweise, dass du das gesagt haben sollst, laut ihm. Also, nach dem Diss-Track droht Kamano Bösemann hier mit der Polizei und mit seinem Anwalt und sagt zu ihm, du Ehrenmann. Was hält ihr von der ganzen Sache? Schreibt mir bitte in den Kommentaren, Like nach oben und Abo nicht vergessen. Peace out, Bro. Ciao. 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 Ciao.